3 2 1 Mini-Kraft Mini-Kraft-Attacke, warum hast du Rückstoß? Oh ne Schreiß? Hab ich nicht, ich hab mit meiner Faust geschlagen jemand schlag ich mal nicht in dem Fall war zurückführung egal ich habe schon mal zwischenzeitliche die inseln abgetragen und 16 eisenerz aufarmt gut und dann welches mal dafür wir machen uns erst mal mit Schäst also ich hatte schon ja gesagt da übrigens Jannis und Janis und auch da Janis geschehen ja ich komme nicht zu Wort nützlos und auch scheiß jetzt habe ich mir getan Janis ist auch ein den Mini-Kraft-Leads Playa ist natürlich auch alle in der Beschreibung verlinkt genau okay was wir noch mal damit ich mitreden kann ob ja eine gute Fake-Nachricht hier seht ihr das ist doch hallo ich gehe mal raus und haut er mich noch ja ich wusste es Janis ist das Stadthaus der Stadthaus das ist Janis perfektes kleines Haus und Jan hat auch ein Haus Bjarne ich bin noch nicht mehr ich bin aber ich hab noch nicht fertig zum Schutz lalalala mein Spaß ich geh kurz auf K ich hatte ähm geplant hier so einem hier kommt das Haus hin auf die Insel und da kommt ein kleiner Garten hin gut ähm dann wollte ich jetzt nee sag mal die Mobfalle mach du doch komm mit komm mit ich nehme ja nicht auf doch ich baue grad mein Haus um mal nicht ja das muss ungerade sein genau nee 6 das ist mein Holz nee doch das hast du mir geklaut nein nein doch das hatte ich noch ein doch Wetten nein ist nicht so weil ich gekürzt auf K Kieschen alle auf K das ist sehr schön für uns 3 4 5 oder ja okay es sind einfacher als alle auf K 1 3 4 5 1 2 3 4 5 okay 1 2 3 4 5 ich brauche ein kleines Haus relativ 1 3 4 5 nur wie weiß ich noch nicht so genau das ich hab keine finde ich würde es nicht so feiern wenn das hier so lang ist ich schüttel hier mal ist oh ich wollte erstmal auch nochmal einen Chest machen da muss ich den ganzen Crap von mir reinpacken weil ich geh jetzt mich einmal ich geh mich jetzt einmal killen so und die packe ich gleich mal wieder in mein Haus ich wollte das hier oh scheiße wir sind die Kopfhörer abgefallen und direkt auf mein Mikro geknallt fuck so ich bin wieder mal der Einzige auf dem Server dann stelle ich hier mal so die Chestern und packe mir alles rein hoffentlich geht alles rein ne passt eh nicht alles rein egal YOLO dann lege ich das jetzt noch kurz aus dem Inventory und geh mich ertrinken weil wir leider total Essen man mehr haben Glück 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 ich sterbe ahhhhhhh hey coole Sachen oh Diamantenherz Diamantenherz in den Schwarz Okay, hoffentlich mal jetzt... Ich will mal langsam verrecken. Cool, ich tauche so lange. Und es ist over. Und ich bin tot. So, und da hinten ist mein Lars of Death. Guck mal, was denn hier denn das so schön ist. Goldene Pferderüstung und ein Sattel. Das klaut mir natürlich. Nein, Spaß. Klauen wir natürlich gar nicht so. Okay, auf jeden Fall, wenn wir... Egal. So, 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 so. Okay. Irgendwie sind die beide afk. Und ich weiß, dass die beiden nicht afk sind, sondern dass die gerade irgendwas zusammen machen. Und ja, da hinten ist noch eine Mobfalle. Die zeige ich auch gleich. Und scheiße, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Wie lange? Ich schätze mal 10 Minuten. Ich weiß aber nicht genau. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Das ist ein kleines, klitzekleines, aber ein minikleines Problem. Okay, und dann wollte ich hier eine künstliche Insel auf jeden Fall ausschütten. Und ich brauche eine Mitte. Ich brauche noch mehr Holz. So, da. 5, 2, 3. So, das wären 3. Ja, nee, das wäre auch nicht so geil. Das wäre auch nicht so geil. Obwohl doch, so schlecht wäre das gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Du, 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 du. 5, so. Ich baue einfach jetzt ein Tor im YOLO. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier muss ich jetzt Sand ausschütten. Okay, das könnte jetzt eine Arscharbeit werden. Seht ihr? Weil ich ganzen Sand aufkippen muss. Oh, das wird jetzt eine bestimmte Arscharbeit. Weil es echt immer lange dauert, Sand aufzukippen. So. So, der Sand. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oh, wartet. 1, 2, 3, 4. Oh, ich bin so blöd. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Shit, ich habe Mist gemacht mal wieder. Dann muss ich mal den, dann würde ich sagen, hole ich mal gleich den Crafting Table her. Natürlich haben wir wieder mal bestimmt keinen Cobblestone. Wurde mich aber auch sehr wundern, wenn wir welchen hätten. Also, wir haben doch mal reichen. Okay, das ist auch nicht so schlecht. Mache ich mir mal einen Ofen und die Crafting Bench. Dann mache ich mir mal einen Ofen. Janis ist back. Janis ist back. Ich mache mir einmal eine Holzachse und dann natürlich einen Ofen, weil ich immer noch keinen Ofen habe. Ja, nicht mehr da. Weiß ich nicht. Und dann hier die Holzachse. So, Janus 2 hat das Spiel betreten. Also, ich baue auf jeden Fall einen Tor, Janis. Ein riesigen. Ach, das. Ja, ich mache Schaffer auch. Schande hat es was für so. Ja, hat nämlich eben schon eine Folge aufgenommen. Da bin ich übrigens auch dabei. Nur am Ende, leider. Ganz kurz. Deswegen ist sie schlecht. Ich habe schon mal das Grundvornament gelegt. Fuck! Oder? Ja, ich habe mich verbaut. Mist. Haha. Ich komme gleich mal und gucke nach. Oh, das gibt es nicht. Fünf. Fünf. Oder? Schon wieder verbaut. Oh, das gibt es nicht. Hast du wirklich gar kein Essen? Nicht wirklich, nein. Alter, weil mir liegt so hart, wenn ich ein Render war. Ein Render, äh, sieb... Ja, vier FPS läuft. Ein Render ist so viel wie mein Opa. Ohne Render. Hat den Opa so einen schlechten Rechner? Ja, aber da reicht für deine scheiß Spiele. Mein Opa spielt manchmal Sniper-Spiele. Läuft bei dem was? Ja, bestimmt nur so ein Baby-Sniper-Kram. Nee. Ja, so ein scheiß Sniper-Browser-Game. Aber immerhin. Oder so ein Spiel, das hätte sich gekauft. Das habe ich jetzt. Das spiele ich aber nicht. Habe ich manchmal Lust zu, aber spiele ich nicht wirklich oft. Ey, da fährt mein Auto und schießt mit einer Raketenwerfer und Minigun auf andere Autos. Das ist ja lustig. Ja, das kenne ich. Oh, Crash-Stell. Zwei. Jetzt kauft sich das bestimmt jeder. Das ist voll das Billig-Spiel. Das macht Spaß. Aber billig hergestellt. Nee, die Grafik ist gar nicht so schlecht für die Zeit, wo das gemacht wurde. Wann wurde denn das gemacht? Ich mache mir jetzt einen Amboss. So viel Eisen hast du doch gar nicht. Warte, vielleicht reicht 38. Das reicht. Ja, stimmt. Ja, wie viel Eisen hattest du bitte? Viel. Ich hatte übern Stack. Du hast locker gecheatet. Na, habe ich. Weißt du. Ich habe jetzt einen Amboss. Habe ich gehört. So, und ich muss mich wieder töten gehen? Nein, als ob ich gecheatet habe. Kannst du in der Aufnahme sehen, habe ich alles erfahren. Danach habe ich zwar noch ein bisschen nachgeheatet. Ich werde vom Skelett getötet. Ich komme nicht ran. Doch jetzt. Doch, sie kommen bei dich. Wenn du stirbst, dann lache ich. Ne, wenn ich gestorben soll. Ne, ehrlich. Ich habe aber kein Essen. Ja, isser. Ich habe kein Essen. Du hattest doch eben... Hä? Du hattest doch eben die ganze Zeit Essen. Ja, aber nicht viel. Ich brauche selber. Guck doch. Wie viel fehlt dir denn? Wie viel Kollen? Ich habe nur noch zweieinhalb. Ja, gönn dir. Oh, cool. Danke. Mein Retter. Na, gucken, wie das so aussieht. Was ich hier gerade baue. Adi? Ram. 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 Der Übergang könnte flüssiger sein. Von Erde zu Sand. Heißt wie? Sieht ein bisschen künstlich aus. Sieht ein bisschen künstlicher aus. Das habe ich auch gerade gemerkt. Dahin ist ja okay, dass Silbersand ist. Aber hier ist... Das ist hier direkt ein Strich Sand und dann Erde ist. Wie das sieht ein bisschen fake aus? Ein fakinger Mensch. Ich verzauber jetzt ein bisschen. Ich mache mir eine... Ich habe schon eine volle Anstieg. Noch war nicht die Mobfarm gezeigt. Hast du Erde für mich? Stimmt, wir haben ja eine Mobfarm. Ich weiß nicht, was hier entstanden soll. YOLO. Hast du Erde für mich? Erde habe ich nicht, nein. Dann muss ich Erde fahren gehen. Ich würde jetzt gerne in eine Höhle gehen. Aber irgendwie habe ich keinen... Aber irgendwie... Weil ich habe da gerade gar keine Lust drauf. Ja, weil ich will mir besseres Glück machen. Ich fahre jetzt einfach mal das Bambus. Und Spaß. Hallo, Bjarne. Ja. Du bist ganz schön leiser. Ja, habe ich mir gedacht. Oh, nein. Wollt ihr jetzt? Ja, jetzt bist du wieder normal. Du bist gerade mitten in Live in meiner Aufnahme. Jetzt bist du fit. Hast du ein Leichtum gemacht oder wie? Ich bin ein Schwung. Ey, war das bei meinem Haus? Oh, fuck. Nein, das war ein Wasserbier. Denk gut. Das Bambus ist für alle, oder? Ja. Aber ihr dürft nicht immer alles abmachen. Ich habe selber 16 Stück. Ich habe auch so 16. Ja, das sind die von mir. Nein, die habe ich am Anfang schon gefarmt. Also nicht gefarmt, ich hatte einfach welches. Gibt Bambus mit Zucker... äh, mit Knochenmehl? Nein. Alter, hätte mich nicht. Oh, wie ich dich geboostet habe. Das war geil. Ey, Ambus hast du? Ja, aber den benutzt du nicht. Der war so teuer. Habe ich eben gemacht. Oh. Ich habe den totalen Essen. Stimmt, ich habe mir den Ofen gemacht. Da könnte ich jetzt auch mal langsam mal das anfangs Eisen zu brennen. Nur ganz langsam, ganz langsam. Chill. Ja, nicht so schnell. Genau, chill your life. Ich baue einen Turm, ja, ne? Oh, kann man ja mal den zu mir sagen, dass die auf den Sack gehen? Ich werde einen Turm bauen, ja, ne? Das wird richtig epic. Den spreng ich mit T-T. Ich gehe jetzt schon mal ein bisschen T-T, äh, Schwarzbrüter fahren. Nee, mach ich wirklich. Das machst du zum Arsch. Ich gehe wirklich Schwarzbrüter fahren. Aber nur für TNT. Ja, mit was? Adi, hast du zufällig Sand übrig? Nein. Ich habe mein Glas über... Ich habe aus Versehen meinen Sand überhaupt zu 64 Glas gemacht. Ja, und? Ja, kann ich ein bisschen Sand? Ein Stack für ein Steak. Eins? Halbes Stack für ein Steak. Nee, nee, dann mache ich das nicht. Ich habe zu wenig. Okay, dann kann ich auch selber essen fahren gehen. Also das ist keine Kunst. Wehe, du gehst an meine Truhe. Oh, bitte, kann ich Sand? Für was? Was gibt es? Was würdest du mir geben? Janif, ich habe Sand. Fünf Eisen. Janif, ich habe eineinhalb Steaks Sand. Warte, gibst du mir sie gratis? Nö. Fünf Eisen. Wie lange gibt es ihr mir gratis? Das ist okay. Ist egal, ich brauche selber richtig viel Sand. Oh, ich will mich jetzt ertrinken, aber ich habe viel Level. Ich will mich auch ertrinken. Janne, kannst du mir gehen? YOLO. Oh, danke. Ah, ihr habt schon das Glas hier weggemacht. Ich habe nur ein bisschen weggemacht, da ist nicht alles weg. Der Weg ist auch noch gar nicht fertig. Ich bau jetzt mein eigenes Zuckerrohr an. Ich habe zehn Level, aber ich muss mich kennen, weil ich kein Essen habe. Also ich habe mein eigenes Zuckerrohr. Und ich fahre jetzt nichts mehr von Björn und ihr bitte auch nicht von mir. Ja, von mir auch keiner mehr. Gut. Ich bin nur Zuckerrohr von meinem Haus. Ja, ich fahre ein bisschen an erstmal. Janne, die Stadt, Janne, die Stadt, okay? Okay. Janne, du hast voll das hieslige Haus gebaut. Aber wir sind alle noch kein Stück fertig. Meins auch noch nicht. Ja, ich habe alle gesagt. Und alle gesagt, überleide ich direkt unsere Häuser. Und wir haben noch nicht mal irgendeine Arzt. Ich gehe schwarzpulverfarm. Adi, das habe ich nur gemacht, damit ich von den Zombies immer geschützt bin. Ja, die sind jetzt facken, dann spawnen keine. Ja, aber irgendwie kommen ja auch von dem Festland noch welche. Ich hatte Erde gefarmt. Damit gehe ich jetzt... Erstmal hole ich Essen. Ich löse jetzt erstmal mein Essen-Problem. Wer ist der Creeper? Fuck! Ich weiß schon nicht, wie lange ich aufnehme. Ich gehe nur noch einmal ein bisschen Essen holen im Wald. Da gibt es nämlich Viecher und da gehe ich auch Holzfahnen. Stimmt, du nimmst ja gar nicht mit Audacity auf. Ja. Ich nehme auch nie mit Audacity auf. Ich auch nicht. Bei Fraps ist meine Stimmqualität einfach viel besser damit. Bei mir nicht. Okay, Leute, ich hau nicht diesen einen Wald nicht. Bei mir ist sie aber auch nicht schlimm, wenn ich ohne Audacity aufnehme. Ja, ehrlich, sogar besser. Aber Audacity ist praktischer, weil man dann einzeln die Turnspur hat und das Video. Ja, wenn die mal abkackt. Wenn die mal abkackt. Man kann ja mit beiden aufnehmen, aber dann ist der Hintergrund. Dann ist der Hintergrund. Ja, aber dann könnt ihr das nicht so gut pegeln. Also zum Beispiel, ich würde sagen, das war es eine Freude für diese Folge. Okay, macht's gut. Bis dahin. Tschüss, tschüss, tschüss. Und lass konzeptiv ich es kriege da. Das sage ich immer am Ende. Ciao, tschüss.